Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 23. November 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 508 und ich habe heute die folgenden Themen mit dabei. Shopping, Lounger, Datenpanne, DSGVO, Duplex und Lego. Ich beginne gleich mit dem Thema Shopping und da beginnen wir bei Instagram. Die haben ja im März dieses Jahres eine Funktion eingebaut, um direkt zu shoppen, da drüben bei Instagram. Was ja eigentlich auch Sinn macht, denn da stellen unter anderem Influencer, aber auch Marken und Shops ihre Produkte gleich selber vor und man kann sie mit wenigen Klicks dann auch käuflich erwerben. Genau diese Funktion wurde ein bisschen ausgebaut. Ein bisschen ausgebaut heisst, der Shop-Tab hat ein neues Design bekommen. Es gibt die Shopping-Sammlungen, welche gleichzeitig quasi dann ähnlich wie ein Warenkorb funktionieren und es ist dann generell eine konsequente Weiterentwicklung, Weiterverantreibung dieser Funktion. Da macht Instagram einiges richtig. Und wenn man so in die Zahlen schaut, Instagram selber sagt ja, 90 Millionen seien da monatlich, die darüber einkaufen. Das ist ja auch nicht wenig, wenn man bedenkt, was da für Summen zusammenkommen könnten. Auch der Microsoft Launcher lässt es nicht lumpen. Der bekommt immer wieder mal Updates. Vor kurzem war es die Version 5.0 für alle Nutzer. Jetzt kommt schon das nächste hinten nach für die Beta-Nutzer, die 5.1. Und da ist unter anderem was drin, was mir gefällt. Die Notizfunktion, die man von Windows her kennt, mit den verschiedenen Farbigen, die Sticky Notes etc., die sind jetzt auch mit integriert worden. Genau wie vor kurzem ja auch endlich die Aufgaben von Microsoft's To-Do. Also das To-Do-Tool von Microsoft selber. Und das Tolle daran ist, das Ganze synchronisiert auch richtig schnell. Der Martin Goys von Dr. Windows hat das in Zug, und das kann ich ja mittlerweile nachher finden, in der Deutschen Bahn ausgetestet, wo das Netz nicht ganz so toll ist. Und dennoch hat das Ganze schnell hin und her gesynkt. Das sind schöne Neuigkeiten. Dann gibt es eine weniger schöne Neuigkeit, vor allem da jetzt gerade Black Friday heute ist, wo man ja fleissig einkaufen kann. Und schon die ganze Woche, Cyber Monday-Geschichten bei Amazon. Da sind einiges an Daten anscheinend nach aussen gegangen. Das sind Namen, das sind E-Mail-Adressen und was, ja, die eben nach aussen gedrungen sind, die es nicht hätten sollen. Wie das Ganze und der Hintergründe dazu hat Amazon noch nicht allzu viel Auskunft gegeben. Sie raten aber dazu, das Passwort zu ändern. Ich rate euch zusätzlich noch dazu, die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Amazon freizuschalten. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, wir haben einen Beitrag vom Casci im Stadtbremerhaven-Blog verlinkt. Da steht das Ganze drin. Dann gab es jetzt endlich mal ein grösseres, in Anführungs-Schlusszeichen, oder eine richtige, ja, wie soll ich sagen, Abmahnung, nicht Abmahnung, sondern Urteil im Bereich DSGVO. Ich hoffe, ich spreche das mittlerweile richtig aus. Die haben, oder da durch das DSGVO wurde ein Urteil gefällt, jetzt geht es langsam, in Richtung knuddels.de, ist eine Plattform, eine Community, die relativ, oder was heisst relativ, die sehr unschön mit den Daten seiner Nutzer umgegangen ist. Da sind zum einen die Usernamen, die E-Mail-Adressen und sogar die Passwörter unverschlüsselt auf dem Server abgelegt worden. Und ja, deshalb wurde auch diesen Sommer schon Daten von 330.000 Nutzern rausgezogen. Also wenn ihr dann Konto habt, unbedingt ändern. Und ich hoffe, ihr habt das nicht das gleiche Passwort auf anderen Plattformen, weil ihr wisst ja, das ist nicht unbedingt die feine Art. Und ja, deshalb dürfen die jetzt bezahlen. Und das sind, da muss ich fast schon sagen, lächerliche, oder sind das viel? 20.000 Euro. Ich hätte gedacht, für so ein grobes Vergehen hätte man doch ein bisschen mehr hinlegen dürfen, würde ich behaupten. Aber ja, kommt natürlich immer auf das Verhältnis an. Und ich kenne Knuddels nicht, keine Ahnung, was sie tun, was das für eine Community ist. Vielleicht mag mich da auch ein Hörer hier im Geek Talk über Social Media, über die Kommentare oder per Mail informieren, wenn ihr das denn kennt. Google Duplex war eine dieser Tech-Demos, die mal gezeigt hat, eben die Tech-Demos, die sind meistens nur zusammengeschnitten und ja, eine Schauspielerei, quasi ein Ausblick in die Zukunft. Google Duplex war das, für diejenigen, die es nicht mehr wissen, wo nicht ihr selber ein Restaurant oder wo auch immer ein Coiffeur und so weiter anrufen müsst, um einen Termin auszumachen. Das erledigt eben der Google-Assistent für euch. Und das war schon richtig beeindruckend, aber auch irgendwie fürchtig, die ganze Situation. Und man hat ja vermutet, dass das Ganze noch gar nicht so weit sei und eben ziemlich zusammengeschnitten und so weiter war. Mittlerweile ist für erste Pixel-Nutzer in den Staaten die Funktion freigeschalten worden. Man weiss noch nicht, in welchen Städten und welche Restaurants etc. da mitmachen, aber wir werden das auf jeden Fall verfolgen und wenn es dazu Neuigkeiten gibt, euch natürlich auf dem Laufenden halten. Zu guter Letzt haben wir den, wie haben sie so schön genannt, der längste Werbespot der Welt. Am heutigen Black Friday, wenn ihr euch den Trailer zum Lego Movie 2, welcher im Februar nächsten Jahres starten wird, anschaut, bekommt ihr die Möglichkeit geboten, den ersten Teil, den ersten Lego Movie, den ich euch extrem empfehlen kann, weil der nicht nur, weil ich Lego-Fan bin, sondern weil der wirklich gut gemacht ist und auch eine Geschichte und alles dahinter hat. Auf jeden Fall könnt ihr euch den anschauen und zwar kostenlos auf YouTube. Das Ganze soll eine Promoaktion sein, weil wir haben es ja schon vor kurzem, mittlerweile bietet YouTube ja auch kostenlose Filme, ich sage bewusst nicht Kinofilme, sondern Filme an, einfach mit Werbeunterbrechung, ohne dass ihr dafür bezahlen müsst. Und das Ganze könnte sein, zumindest steht das im Artikel so, dass es nur in den Staaten funktioniert. Wenn dem so ist, rate ich euch da über ein VPN zu gehen oder andere Möglichkeiten auszunutzen, um das Ganze anzuschauen. Das waren es, die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich entschuldige mich nochmals, wie schon über Twitter passiert, bei all denen, die gestern keine Daily erhalten haben. Grund war, ich lag im Bett und grippig. Ich bin, Daumen drücken und Holz anfassen, auf dem Weg der Besserung. Und ja, es kommt wieder. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende. Geniesst es, geniesst auch den letzten Tag, seid erfolgreich, seid kreativ. Und ja, nächste Woche ist der Achim wieder für euch da. In diesem Sinne, euer Pogipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.